Ich lasse dich nicht sterben. Die Rettung liegt hier drin. Hinter den Bergen wirst du Menschen finden, die dir damit helfen können. Geh und suche sie. Die Rettung liegt hier. Mama, ich geh zum David. Ja, gut. Guck mal, Mama, da kann schon wieder einer nicht lesen. Tschüss. Diese armen Österreicher, die können einem aber auch wirklich leid tun. Lassen Sie es nicht so weit kommen. Volksbegehren Bildungsinitiative. Hingehen und unterschreiben. Vom 3. bis 10. November in Ihrem Gemeinde- oder Bezirksamt. und was nicht so weit kommen. Wir gehen nach einem moment. Ja im Hintergrund nicht malen 260.